Da sind auch irgendeine Gegner bei dir durch, weiter Linus, siehst du was? Ja, es sind verpotzt. Da haben wir doch erstmal hingegangen. Noch mal ein Schuss bei mir. Auf dem Board. Auf dem Board. Vor einem M4 oder sowas. Auto. Aussehen wahrscheinlich. Ja. Überhüllt an. Schön. Noch ein Auto. Passt auf. Fett weiter. Ne, der dreht, der dreht, der will auch herkommen. Wer ist denn los? Der ist. Pass auf, jemand schweißt man. Ich war das. Oh, los. Ich bin los. Ich hol dich. Ah, ich bin. Ich war so dumm. Ich hab aber einen ausgenommen, gell. Wollte ich dir nachgefilgst? Welcher war das? Ja, 85 hinten an der Ecke oben. Äh. Am Haus oder was? 95. Nach Hausecke oder was? In der Mauer war der. Ah, hier unten ist noch einer. Weiß Granate. Warte, ich schmeißen. Du musst aufstehen, wenn du Granate wiffst. Habe ich auch gemerkt. Schön. Ausgenockt hier unten. Wir haben zwei Stücke ausgenockt. Einer rechts und eine. Und zwei sind auf Osten. Dabei. Auf Osten. 95. Ah, der ist nach links gerockt. Hä? Wo hast du den genockt? Da hinten, doll. Ja, ganz hinten. Auf Osten. Zeig doch. Ja, ich hab keine Granaten mehr. Da hab ich jetzt zwei genockt. Hier unten rechts ist eine neue Smoke. Oder ist sie neu? Okay. Lass. Noch ein Auto. Hinterm Auto da. Lass nach rechts. Der muss hier hinten sein. Ich hab zwei auf 92 getötet eigentlich. Äh, ausgenockt. Woher kamen die oder? Da hinten, hinterm blauen Schuppen muss noch einer sein. Ihr müsst genau da eine Granate hinschmeißen. Nein. Ich glaube, er läuft wieder nach links. Ich glaube, er ist wieder ein Stück nach links. Ja. Ja, der ist Marco. Der ist ein Auto. Gut. Schön. Hä, meine wurden wieder arrived auf 80. Ah, der läuft ja. Der läuft. Wo? Ah, das ist ein anderes Team. Die sind im Schuppen. Auf 100. Auf 100? Im Beton bedingt, oder was? Ja, im Schuppen. Ja, genau. Beton. Jetzt hat er rechts grad geschaut. Im roten Haus. Im roten Haus sind wir auch drin. Ja, das ist ein anderes Team. Deswegen hab ich da keine Kills bekommen. Wir müssen nach Zone, gell? Oh, Digga. Die Granate kam ab. Ich kann right into my face. Ja, wir müssen ein Auto machen. Wir haben kein Auto. Ja, das steht auf der anderen Seite 1. Ne, nur so. Wir können zurücklaufen zur Garage von Jasna, ja. Fuck, Granate. Also, das ist ein Auto. Lass lieber nach hinten weg. Einer ist schon am blauen, passt auf. Ja, warte. Sicher. Lieber nach hinten. Und auch völlig. Ja, sonst haben wir wieder Tonprobleme. Einer ist schon wieder direkt bei uns. Hier an dem blauen Teil hier. O515. Ich bin ausgenockt. Ich fände sich selber, glaub ich. Ach, der Mauer auf 60. Ich glaub ich. In die Stich. In die Stich. In die Stich. Nee. Ja. Schön. Ich hab einen auf 95. An der Mauer, oder wo? Shot. Ja. Wir müssen da in die Zone jetzt noch an sich die Kunden. Ja, lass die Zone, lass die Zone. Ich geh hinten raus. Was machen wir? Hier sind die Häuser. Müssen wir irgendwie. Wir haben am... Wir haben am... Hm. Wir haben hier einfach. Wollen wir da rüber rennen oder krabbeln? Wenn dann rechts durch die Ruinen. Ich würde auch rechts durch die Ruine. Ja. Da ist noch ein Stück hin. Hinter. Was noch hinter? Ein Stückchen, ja. Tja, komm. Da wird der zusammen rennen. Wo ist mich grad? Ja. Wir haben da theoretisch guten Schutz hier auf 92. Da kann man gut rausschießen, finde ich. Siehst du was ich meine? Das Tor. Ich wächst, dass ich noch fünf von den. Ich brauch sieben noch. Entweder die machen... Hier ist noch ein Koffer, nimmt ihr noch. Ich hab schon sieben. Entweder die schmeißen so Granaten oder es sind echt noch zwei Teams. Mh. Mhm. Mhm. Mh. 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 Gehörst du uns? Mh. Mh. Dich sind zwei. Wir sind zwei. Zoril ist in der ist ja dumm würde ich jetzt eigentlich nicht mehr machen laufen links auf südwesten 230 südwest ist einer gelatscht aufpassen ich gucke auf 300 von dir aus richtung süden ganz mal ungefähr die richtung markieren dass ich ungefähr weiß wo ich da hinschauen muss nur so grob der ist bei mir 160 ich habe die mauer da markiert so schritt jetzt bist du gerade gelatscht lass das lieber mal keine granaten leute der muss da hinten irgendwo sein ich habe eine ich weiß nicht wo ich den schweißen soll ja mach noch nichts ist wenn wir wissen wo einer ist es kommt so die man pass auf der wagen gegner auf 300 über einer allerdings die droht südwestlich ja das ist auch gelatscht das sind noch welche auf der warte einer ein ist doch in der sternwarte jungs soll ich auf den schießenden das kommt ja wenn er rauskommt ja ok ich habe in der zone noch aber er muss rauskommen der fenster hat ja genau im fenster am linken ganz links für die tür auch ist auf der seite muss er hier links an der an der wand oder an der mauer denke ich mal irgendwo er ist da links rumgelaufen das habe ich halt gesehen ich bin in der zone ich auch ich habe so Angst dass sie rechts rum kommen und ich das nicht sehe oder so ich schieße aus dem fenster und man macht noch nichts gut 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 das war wahrscheinlich der spaß die von links er hat er das nach rechts gelaufen ja ich hab's gesehen ich hab's gesehen soll ich schießen ich weiß nicht wo er ist schon ist er da und einer noch was er so schnell machte irgendwo hat einer glaube ich geschossen aus zwei fünf vierzig mal aber nicht sicher nicht sicher bauernstreif halten wo ist er direkt im kras der kreis hat der kreis hat jetzt ist er jetzt ist er da wo ihr ihn abgeschossen hat den anderen der ist die ganze zeit im kras gelegen deswegen habe ich den nicht gesehen alles klar